Servus beieinander! Eben ist die Black Pearl und ich heiße euch herzlich willkommen zu Seven Tastes to Die! Oh mir ist jetzt echt gut schlecht. Also ich glaube wenn jetzt, wenn jetzt meine Illness noch weiter steigt, glaube ich, scheiß ich dir gleich in die Bude, ne? Geier! Oh hier sind zu viele brändende Zombies. Oh wo ist der Airdrop? Oh da ist er. Aua Aua Geier! Aua Aua Aua! Oh nein ich bin zu langsam hier, der Geier macht mich platt. Zocki hilf mir! Wir kommen hier nicht hoch! Okay warte 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 ich zieh durch, ich zieh durch. Warte wo ist der Geier? Der verfolgt mich. Gut, hab ich auch nicht erwischt. Äh naja, geht nix. Warte mal, ich steig mal ab, der verfolgt mich hier eh. Wafak, warum fliegt der rückwärts? Haha, Hilfe, Hilfe! Nein, ich hab ihn erwischt, ich hab ihn erwischt. Ja sehr schön. Du Scheißvieh! Du Scheißvieh! Ah ich sollte mich mal zwischendurch heilen, ne? Okay komm hier hoch, das ist die Frage. warte ich bin voll im Motorcross-By all grad drin man. Nicht mit dem! Ninninninninninninnnenni! höh! Ich geschafs man. Und bin in der Sackgasse gelandet. Ah warte, es kommt hoch, glaube ich, es schafft's. Ah, das ist ein Supermopped. Uh, da überlebe ich das? Aaaah neinainainainainainainaasha!! Bleib auf der Bremse. Hab ich, ich hab's überlebt, wow, geil! Ich versuche das selben Shit. Mhm okay, ich war mir grad nicht sicher, ob das Fallschaden gibt. Das wegen dieses sehr komische Geräusch. wieso ab wann sind die Zombies aggressiv? ab 22 Uhr du wirkst so mächtig in deinem Anzug ich bin auch mächtig kein Geier ja, wieder hinter dir warum immer hinter mir? was handeln du mit mir? du bist Black Pearl, Geier stehen auf Black Pearls wieder hinter dir ist der Geier was ist denn los, ey, das ist ja Wahnsinn als ob ich hier voll der Geier bin du bist voll am Geier voll am umgeiern hier oh warte ja, er ist tot, aber der Zombie ist da und der Geier auch warte kurz Geier geht auf dich, okay ich hol schnell das Fleisch vom Hirsch probieren, kaputt zu hauen was sagt, der Zombie kommt auch zu dir ja scheiße Geier ist tot Sat on Brudy, Sat on ich hab nen Hirsch wir können los, wir können los ah, nimm den Moppet und fahr los hätte ich eigentlich den können wir den Moppet da stehen lassen? ja, ja, kannst da stehen lassen was? das war ich, das war ich bin gestolpert, aber die hauen auf die Klappe können die die Klappe kaputt machen ist sie offen? nein, eben nicht, sie ist zu, aber die hauen drauf ne, ich hoffe nicht die gehen voll ab grad da draußen oder die hauen sich, oder die hauen sich gegenseitig das hört sich grad an wie so beat'n up game, ne? scheiße, die hauen das kaputt, oh fuck ja doch, oder? oh Taki, die kommen hier rein warte, ich komm raus Klappe zu Klappe zu ich versuche hier durch zu bringen die können nach unten schlagen das ist neu für mich, die Schweine ok, ich hab auch Fall und Bogen oh, die brauchen aber lange mit Falle Bogen oh, da steht immer noch oh da jetzt haben wir's erledigt da haben sie dauernd drauf, Carsten genau, das war quasi meine Entjungferung war das quasi für 7 days to die wir haben im Batsi eingeführt jetzt ist er schon ganz tief drin in der Thematik ich starte die Aufnahme ich hab's auch waaah ich ist grad im Arsch ja, aber richtig oh, Servus beieinander kaum bin ich kaum bin ich beim Zocki versau mal alles ja oh oh stirb okay, einer ist tot fuck fuck ich kann ihn zuschlagen ich hab ihn ich seh nur nix ich blute ich auch äh schnell benutzen verdammt, wie kann ich mich heilen den verband, den verband, den verband verband benutzen schnell, 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 schnell ok und ich hab nix mehr zum heilen fuck pass auf, ich kann dir genau sagen wo die gekommen sind wenn du jetzt hoch gehst und dann gleich nach links wo dieses Loch ist da sind die durchgekommen das müssen wir zumachen alter, ich möchte sehen wie die sich durchgegraben haben boah brudi alter, Schwede, Mann wusstest du, dass das geht? ne, oder? ne, keine Ahnung ist auch neu für mich ach, das ist ja lustig ich kann einfach irgendwo jetzt in der Erde mit nem graben anfangen ich kann mir jetzt mein eigenes Grab schaufeln ob der Zocki mich jetzt findet? weiß verdammt ich weiß ich folge ja dir von dem her hm ja, passt, passt Zocki ist hell erleuchtet wie Jesus tadam aber insgesamt fahren wir jetzt doch länger zum Händler nein, nicht länger nah, nah, fuck you doch naaain aaaain Ardach bei mir auaauauauauauauauauauauauauaua Scheiße, Sackgasse. Fuck. Zacki, ich brauche Hilfe. Warte, vielleicht schaffe ich es alleine. Ich höre nur lauter Zombies von jeder Seite. Ah, da kommt einer wieder durch die Tür. Boah, dicker Zombie! Warum sind bei mir so viele? Warum bin ich immer noch überladen? Ich habe doch gerade alles ins Moped. Warum hat er das jetzt nicht angenommen? Hä? Ey, der hat... Hä? Äh? Der hat gerade nichts von dem angenommen, was ich rübergelegt habe. Dann hast du vielleicht unabsichtlich wieder R drückt, dann hast du das drin gehabt. Wieso, was möchte ich denn drücken? Escape oder was? Nein, eh. Ach, okay. Aber du hast wahrscheinlich R gedrückt, ne? Ja. Ja. Ah, jetzt hat eh... Okay. Dann klappt das... Black Pearl! Oh, der ist gar nicht tot. Edgepitch, der verarscht mich nur. Fuck God. Jetzt ist er tot. Nein, nicht runterfallen! Du hast meine Pfeile! Du blöde... Blödkuh! Ah! Ich hätte das gar nicht hergestellt. Ah! Du, Audien! Warum fallt denn ihr alle runter? Das... Ihr wollt mich doch verarschen. Und mit ner Axt und abgeschnau... Oh! Oh! Das war mein Pfeil von oben. Oh, hier ist irgendwas! Warte mal! Oh! Geil, Alter! Boah! Da kommt Zombie durch die Wand! Okay, der ist tot. Der ist tot. Ich freue mich schon auf die nächsten Abenteuer. Gerade wenn wir eine Mission machen. Und unsere Base bauen. Irgendwann so eine riesenfette fucking Base, wo kein fucking Zombie mehr reinkommt. Dach ausgehen. Na gut, dann bin ich schon... Dann bin ich durch... Echt jetzt? Das war's? Ich weiss noch nicht, wie wir uns machen. Autsch, das war dumm von mir. Oh, Kleber! Ich liebe Kleber! Tja, scheiß geil. Okay, alles cool anscheinend. Oh, hier ist ne... Hier ist ne dicke Mama bei mir. Geil. Frag hier nach... Frag nach der Nummer. Und Zombie und ne Sackgasse. Die kommen hier nicht mehr raus. Fuck! Fuck it! Juts! Okay, ich muss an der dicken Mama vorbei. So, was mach ich denn? Was mach ich denn jetzt? Hier komm ich doch irgendwie... Ah, hier komm ich raus. Okay, okay. Warum ist jetzt eigentlich uns zur Zeit so heiß? Das war doch sonst nicht so. Na, wir sind in der Wüste, Brudi. Ah, deswegen, okay. Jetzt müssen wir echt aufpassen, weil ich weiss nicht, ob du das einhängern kannst. Au, ein Loch im Boden, Loch im Boden! Nein! Fuck Betsy, fuck Betsy, da ist ein Köter! Warte, ich komm! Köter tot! Naja, super! Oh ja, du könntest versuchen. Du machst den Boden kaputt. Warte, ich helf dir ein bisschen. Ja, das geht, das geht, das geht, das geht! Perfekt. Oh ja, weil ich konnte mich auch nicht rausholen, weil dann hätte ich das Inventar leer machen müssen. Bist du da vorne bauchfrei? Ah ja, nur für dich, Schätzchen. Oh, ja, ich seh schon, da hat er so einen schön trainierten Body hier von der Apokalypse-Welt, ne? Absolut! Den muss er gleich zeigen. Na, so ist es. Ja, und da schon ist da so Bleikisten. Ah, so Bleikisten. Oh, da kommen wir uns aber nicht ganz wenig. Warum redet die über ihr nicht? Weiß ich nicht, ich geh jetzt weg. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kündige. Oh, jetzt komm ich nicht mehr hoch, ich Idiot. Oh, jetzt hat's vergeben, jetzt hat's vergeben. Genau, so ist es auch. Aua! Und ich springe in den Stacheldraht. Sehr gut. Irgendwas... Ich hör's bei dir gerade. Irgendwie hört sich das bei dir komisch an. Ja, das Boot... Bei dir Boot... Was ist los bei dir? Das Boot ist zusammengebrochen! Du hast ein Loch! Du hast ein komplettes Loch da! Ja, ich kann nicht. Ich versuch gerade abzufahren. Ich hab's gesehen. Oh, die hat jetzt einen kompletten Fehler. Sogar das Wasser hat Löcher. Ich fahr mit... Ah, verfehlt. Wieder verfehlt. Äh... Keine Ahnung. Du siehst das gleich. Okay. Das nicht? Oh! Upsi! Upsi! Ich bin ein bisschen geslidet. Ja, aber kein großes... Das sind Holzfäller. Okay. Aber kein großes Gebäude. Was? Die Kirche ist kein großes Gebäude. Ja... Sieht ein bisschen unheimlicher aus. Also ehrlich gesagt, wünschte ich mir grad eben, dass das nicht so neblig wäre. Warst du da schon mal drin? Nö. Okay, es sind doch ein paar Zombies hier drin. YouTube! Oh, das sind mehr als ein paar Zombies. Ich geh mal nach oben. Hier. So, wir haben das Bild. Upsi! Die kommen auch nach oben. Saki, kommst du mal bitte in die Kirche? Nö. Nö. Bitte, bitte, bitte. Ah, da ist noch ein Zombie. Da sind noch mal Zombies. Ich komm, ich komm, ich komm. Aua, 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 aua. Ich muss mir kurz das holen. Ach zum Rampen, ich bin mir schon was. Wo bist du? Ich versteck mich hier gerade. Wow, kack. Ich sag doch, da sind viele. Ich fliehe grad echt in die nächsten Räume und sperre alles hinter mir. Ich geh zu. Ey fuck, Alter, zieht sich so aus der Nebel. Nein, fuck, Alter. Das gibt's nicht. Oh, fuck. Oh, ich muss nachladen. Oh, Alter. Oh, ich muss nachladen. Oh, Alter. Habe ich alle jetzt? Oder probiert jemand auf da einer hochzukommen? Oh, ich hör verdammt viele noch. Ich hab nur noch einen Shot... Ich hab nur noch einen Shot-Schuss. Ich find auch nicht... Oh, hier sind auch so viele. WTF? Fuck! Die haben mich jetzt überrascht. Fuck! Die schubsen... Die schubsen dein Moped um. Ich werde mein Moped wahrscheinlich nicht wiedersehen, Zocky, wenn ich... Oh! Ja, sie schießt so oft daneben mit mir verkannten Jagdgewehr. Ah, fuck! Ich verbote! Schnell, schnell, schnell! Verband, Verband, Verband! Wo ist der Verband? Fuck, 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 fuck! Ich springe auch wenn Zocky so lang sind, sind aber zu der Fettung angekommen. Ja, dann habt ihr echt ein Problem. Weil die Mogi überall lang gehen können. Fuck, ich höre sie wieder überall. Ja, jetzt springt er sogar aus die Fähne, weil... Boah! Gleich hier! Okay, Messer, 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 Messer! Oh, fuck, hat der mich jetzt erwischt! Komm, komm ich jetzt hier nicht hoch? Nein! Fuck, ich sterbe hier! Nein! Oh, fuck! Auf einmal waren da drei Zombies über mir! Ich leb noch, ich weiß nicht warum! Nein, Sackgasse! Nein, 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 nein! Er hofft sich zu plündern! Scheiße, ich komm ja nie wieder raus! Ich bin tot! 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 das dauert auch schon mal eine halbe stunde das ist ein schieb so lange dauert aber ich glaube er hat enorm viel platz im inventar das heißt wir können richtig fett luten gehen der folge auch nicht fertig das ist unglaublich meine schotty ist kaputt ich glaube es nicht ich hätte immer wieder rein nein nein ich komme immer tiefer vielleicht schon du bist ja ja ich habe ich habe sehr guten blick ok cool 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 er kommt doch er fällt er fällt aber ein teil ist nicht gefallen hier ja weil dann noch die dinger sind drunter aber die mache ich jetzt weg das fällt jetzt auch gleich aber genau auf dich alarm ja der krascherin aber sie ist tot ja ich schieße wieder wie ein blinder egal ok sie wollen definitiv durch die tür ja oder links von dir das mit dem richtigen richtigen muss ich hab keine ahnung an ist alles ok bruder ich kann mit dem jagd zu werden ich bin ich auch nicht sie sind schon gleich drin vielleicht hätte man doch schutz an der tür gebraucht und dort auch die tür gebraucht die tür gebraucht ok sie werden sie machen jetzt werden wahrscheinlich alle durch die tür laufen Oh ja, da kommen sie auch durch die Wand, siehst du, da bröckte sie, da sind sie jetzt durch. Oh, warte bitte, gib mir Platzrückendeckung. Oh, die Tocke, sie kommen. Ich habe einen Thumbnail gebracht. Was hast du für einen Thumbnail gemacht? Ich riskiere mein Leben für ein cooles Thumbnail. Komm hier hoch, Alter. Wir kommen hier hoch. Käfig, Käfig. Ich schaff's, ich werde ein Käfig. Oh, fuck. Tocke, renn, ich kipp die Rückenschreckung. Oh, ich komme nicht rein. Tocke, schnell. Ich bin tot, Tocke. Nein. Ich fühle mich gerade nicht mehr sicher. Tocke. Alter. Bruder, ich bin mutig. Oh, hier liegen schon wieder lauter Rucksäcke, ne? Der Zahn ist gut hier. Die sind unten im Bunker schon, oder? Ja, Mann. Scheiße, runter. Da unten ist der Bunker. Fuck. Ja, okay. Ich schaff's gerade mit Munition. Unten am Er... Oh, da rum ist wieder offen. Ich bin runter gerade. Aber ich habe keine Muni. Warum kommen Sie zu dir? Sie wollen zu dir. Ach, hier sind sie. Da, wo sie schon mal durch waren. Hey. Okay. Ich glaube, wir müssen uns bei der nächsten Hordennacht ein bisschen auf Munition wieder mehr konzentrieren. Dann renne ich schon mal, weil ich bin bepackt. Ja. Dann gib Gas. So, ich mache jetzt ein bisschen meine Montal leer. Das geht so nicht. Was hast du? Nein, die sind schon hinter mir. Scheiße, jetzt bin ich tot. Nein, Belsi, ich komme. Schaffst du nicht. Ich bin zu weit weg. Komm, komm, schaffst doch ins Auto. Ins Auto. Ins Auto. Ins Auto. Ja. Fickt euch. Haha. Und jetzt fahre ich wieder vorwärts. Oh, ja. Und jetzt fahre ich wieder wegwärts. Ja. Ja. Ich wunderte einen Schuss noch. Das geht. Oh. Du, die sind auch mit dem Jeep schneller tot. Oh. Oh. Hier sind voll viele Pilze. Geil. Ich hau oft daneben, arbeite ich. Wo hast du die? Unten? Nein, ich hab sie dabei. Hatte ich. Ah, cool. Speise die hier ins Eck. Ah, mal mit dir. Alter. Dankeschön. Da. Wie oft bin ich daneben, Rotz. Ha. Ich hab er grad auch mit dem Fallen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Was ist das denn? Was ist das denn, Zocki? Zocki, was ist das? Zocki, was ist das? Haha. Gut, ich bin hier oben. Ich denk, ich denk, Zocki, hilf mir! Ich helf nicht so viel im Kampf. Ich kann nicht mehr rennen. Scheiße. Rett, 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 rett. Mach die Tür um sie. Oh. 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 Hilfe. Hilfe. Oh. Oh. Aua. Oh, ich blute. Komm, er sie runter. Ich beschütze sie mein herr danke Warte mal Nein Wo waren wo sind ja Ich habe einen raum gefunden ich bin zu blöd da hoch zu kommen Du darfst nicht zu weit vorgehen sonst rutscht er runter Ja Haley action Bruder jetzt geht's ab also jetzt geht's ab jetzt bin ich mal gespannt wie die so sind Ich auch Ähm wie hebe ich denn ab So wie du gerade machst oder Ne irgendwie Leertaste Leertaste Ich glaube du darfst die Leertaste nichts zu gedrückt halten immer nur so antipseln Alles klar ich weiß schon ich weiß schon Nein Hilfe 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 Au Betz ich weiß wie es funktioniert Ok Leertaste ist die Schnauze nach oben Und C ist die Schnauze nach unten Mit W immer Gas geben Ok Aber er hört sich jetzt nicht gerade so prickelnd an Ne Aber ich komme nicht wirklich voran damit Ah das ist nur ein bisschen Spielerei Ja Ich schaff's easy Doch wenn ich erstmal in der Luft bin Ach deswegen konnte ich die ganze Zeit auch nicht lenken weil ich noch nicht die Lenkung richtig hatte Ah ist ziemlich easy das Fliegen also man muss da nur ein bisschen kurz rein kommen Ja Dann immer wenn es die Leertaste ein paar mal drücken damit die Schnauze ein bisschen nach oben zeigt Weil mit der Zeit glaube ich schaut's dann wieder auf Ah da wird sie so hoch oben So jetzt bin ich mal gespannt ob ich eine sanfte Landung hinkrieg Ja oja ich glaube immer nur ein bisschen Gas antippen Ey die Base schwebt ja halbiert in der Luft Oh ja das ist eine sanfte Landung sehr schön Da ist nur ein Eingang Das ist ein Bürogebäude Ja Mhm Ah hier hast du ein Eingang Da bin ich eine schöne Landung hin Oh 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 jaaaa Wir haben kein Leben verloren Scheiße 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 Fuck wir müssen sogar oben durchgehen Oben Ich seh's gerade Die Kiste müssen wir wegkloppen da ist nur Farbe drin Schraubenschlüssel und so ein Scheiß Achso wir können doch drüber springen ne? Nein kannst du nicht Oh Scheiße ich hab kaum Munition War hier nicht noch irgendwo eine Kiste? Wo hab ich mir das eingebildet? Oh nein bei mir gibt es wieder welche Ich bin in Gefahr Bruder Ich bin jetzt in Gefahr Oh nein verdammt ich hab's riskiert Ich hätt's nicht tun sollen Das war jetzt der größte Fehler meines Lebens Jetzt habe ich einen weiten Weg auch noch im Haus vor mir Wer kommt? Knight Rider Ein Auto Ein Computer Ein Mann Knight Rider Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht Ein Mann und sein Auto ein Mann und sein Auto Ein Mann und sein Auto Gäude Ein Mann und sein Auto Untertitelung. BR 2018 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 Oaaah nein, 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 nein. Ohhhhhhhhhh.. Ist ok Betsy.. Ist ok.. Beruhig dich. Nuuない, ist es nicht zocky. Ich zerstör grad mein Heli und mein Leben und alles. Oh ja da sind sie.. Uffhhhhhh weck weck weck.. Pffund! Pff.. Pff*** Ohh jetzt erkoko es sind wir cotton, Esto ist ne gute Landung, es steht jetzt mit nem Heli in der Beuille drin. fahrrad ich auch ich muss ja weg ich muss ja weg nein macht mein Heli nicht kaputt lasst mich an euch das nervt mich gerade weil ich nicht mehr hier wegkomme ich bin noch mal sterben weil die nicht mit der Heli hier unten ist fisch doch jetzt Mensch ok 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 das kann klappen es tut mir auch gerade leid als ich zu laufen aber es ist gerade echt nein jetzt bleibe ich hier hängen ach komm schon nein 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 Scheiße ich hab's heute scheiße dass der Spielblatt unspielbar macht ja ich komme nicht mehr weg oh die zerstören gerade meinen Heli hört auf damit Mann Leute geht denn der Rückwärtsgang nicht jetzt mal ganz ehrlich ja jetzt ist hier noch schneller es fliegt gleich mit dem Spiel meins auch ich komme hier nicht mehr weg und hier sind zig Zombies das war ne blöde Idee das war ne blöde Idee das ist jetzt wenigstens da raus mit dem Heli nein nicht schon wieder scheiß Reifen vom Heli komm jetzt und jetzt raus hier komm das klappt nicht ich glaub's nicht jetzt häng ich hier im Eck fest los los oh fuck wenn der Bulle jetzt explodiert bei mir bin ich tot komm komm ist das die Rettung dein Heli zerschelft warum sind denn hier noch überall so viele Zombies Scheiße ich glaub ich bin tot und Heli ist gleich tot ach jetzt häng ich komplett fest ich muss das Ding da hinten eben kaputt jetzt oh ich seh dich glaub ich ne das sind Zombies nur oh man bitte rückwärtsgang lenkt doch ich kann nicht wirklich spielen ich kann nein schade ich kann ihn nicht platzieren ich muss hier jetzt doch irgendwie rauskommen das kann doch nicht sein ok jetzt bin ich gerade ruhiger bei mir nein nicht gut nein das ist hinter der Scherbe wo du grad herumfliegst ja ich komme nicht mehr weg weil ich denke oh es stockt und ich kann nicht mehr wenden er stockt übertrieben oh ich kann halt echt nichts mehr machen der macht alles so von allein der Heli nein ich bleib doch schon wieder mit dem Rad hängen nein du hast doch auf Gas zu geben jetzt ist er oben auf dem Dach noch mehr flieg jetzt blute ich auch noch scheiß Geier alter steig ein und jetzt mach dich weg komm ne jetzt komm ich hier gar nicht mehr weg glaub ich geh weg Geier jetzt geh weg jetzt geh weg jetzt ich muss doch hier jetzt ich muss doch hier jetzt warum geht die Lenkung denn nicht nein lenkt doch warum lenkt die scheiße nicht mehr weil du warst vielleicht anders nein ich habe alles schon probiert mit Maus mit Controller mit allem oh ich bin runter bröselt ich muss einfach nein ich muss einfach nein das ist ja hässlich gerade das ist ja hässlich gerade oh Mann lenkt doch nicht immer da wo du nicht hinlenken sollst hin Alter ich glaube es werden 3 Videos ja jetzt komm ich gar nicht mehr weg jetzt muss ich das alles hier zerblocken weg hier weg hier weg hier weg hier nein 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 ihr tötert mich nicht schon wieder ihr tötert mich nicht schon wieder ihr Pisser ihr Wichser ihr ich weiß nicht was ich euch noch nennen soll was sind die scheiß Zombies kann ich jetzt schnell in Ruhe ich muss hier irgendwas abbauen oh fuck was war das ich kann das hier gar nicht abbauen ich hab ja gar keine Spitzhacke verdammt wir müssen das noch ein bisschen patch aufnehmen ich muss jetzt hier aus dem Gebäude raus wie komm ich aus diesem Gebäude raus oh ich bin schon nein was kommt man hey das ist doch nicht wahr wo war denn der jetzt jetzt lass ich schon wieder hier hin Modification hab ich da schon dran das geht leider nicht kann ich vielleicht aber Modification das geht nicht dran scheiße ich bin nicht gestorben ne unglaublich nein HA bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you when you were eight and you had bad traits you go to school and learn the golden rule so why are you acting like a bloody fool what you gonna do what you gonna do hell when they come for you you go to school Bad Boys, what you gonna do?